Moin Moin Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde in Star Citizen. Ich habe mir überlegt, einen Missionsguide anzufangen und als allererste Folge wird es einen Übersetzungstipp von mir geben, denn nicht jeder von uns beherrscht das Englische aus dem FF heraus und in diesem Sinne werde ich jetzt mal der Geschichte anfangen, denn das Zeigen, denke ich, dürfte das Einfachste sein. So, ihr seht, wir sind hier gerade auf PO, aber das ist egal, wo wir sind, denn das, worum es geht, das sind die Missionen. Ich öffne mal Missionen. So, da suchen wir uns mal irgendwas raus. Ah, hier kommen. Nehmen wir mal die Mission. So, jetzt gehen wir mal davon aus, können nicht so perfekt Englisch, wir wissen nicht, was die von ihr hier wollen. So, und ja, es führt dazu, dass wir die Missionen schon ein paar Mal gemacht haben, aber irgendwo immer ein Crimestead am Ende hatten, weil wir haben leider auf die unterstützten Kräfte geschossen, oder auf die falschen eben halt, wie gesagt. Also, um das zu vermeiden, können wir uns hier leider nicht mit einem Markieren behelfen von einem Text, den wir nicht genau identifizieren können, was dort zu machen ist, geht halt nicht. Also können wir das auch nicht in den Google Übersetzer reinhauen, den Text. Schade eigentlich, dass das nicht geht, aber, wie gesagt, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht und eine gute Nachricht, es geht doch. Und zwar machen wir von der ganzen Geschichte einfach einen Screenshot. Und zwar mit der Drucken S-Taste. So, nachdem wir den Screenshot fertig haben, tappen wir einfach kurz aus dem Spiel heraus, gehen, in den Ordner für die Screenshots, den findet ihr auf der Festplatte, auf der ihr das Spiel Star Citizen installiert habt, unter Programme Robots Space Industry, Star Citizen, Live und Screenshots. Die Screenshots werden fortlaufend durchnummeriert, das heißt, das, was ihr als letztes Screenshot gemacht habt, wird die höchste Zahl haben. So, und jetzt werde ich mal das Bild mit einem Grafik Bildbearbeitungsprogramm öffnen. So. Und da kann man das sehen. Bildbearbeitungsprogramm ist das Irfan View. Das benutze ich dafür. Mit dem gehe ich hier mit der Maus über, kurz über das erste Wort, was ich mit übersetzen möchte. Dort klicke ich links von der Maus und ziehe einen Rahmen Text, den ich übersetzen lassen möchte. Lasse ich die Maus los, gehe mit dem oben links auf Bearbeiten. Dort gehe ich auf Freistellen, klicke einmal Original und Oh Wunder, der überflüssige Rest ist weg. Genau das wollen wir. Wir haben nämlich den eigentlichen Teil freigestellt. So, jetzt gehen wir auf Speichern, Originalverzeichnis. Das nehme ich, weil sonst kommt man irgendwo durcheinander, wo alles mögliche liegt. Ich mache auch für die Einfachheit halber einfach nur ein Minus T dahinter für Text und speichere das Ganze ab. Nun können wir das OCR-Programm gehen. Groß, bisschen besser. So. Das ist das OCR-Programm Free OCR. Wir haben hier auf der linken Seite ein Scanner-Emblem. Da klicke ich drauf. So. Voilà. Ich habe es auch beendet. Das wollte ich nicht. Mal. Ja. So, hier über dem Scanner-Symbol haben wir Pfeil stehen. Dort öffnen wir einmal und dann gehen wir einmal auf Open. Hier müssen wir unter Umständen den Dateifad zu unserem Screenshot eingeben. Klicken dann das Screenshot mit dem Minus T an. Wenn wir das hier unten drin stehen haben, gehen wir einfach mal auf Öffnen. Dann erscheint auch gleich das Bild. Den Text, der hier noch drin steht, den markieren wir einmal und löschen ihn mit der Entferntaste. Nachdem wir das so gemacht haben, klicken wir hier vorne einmal auf CR und OCR Current Page. Dann übersetzt er es uns noch nicht in Deutsch-Englisch, sondern nein. Er übersetzt Bilddatei Text. Zumindest was er daraus erkennt. Das ist nicht immer so hundertprozentig korrekt. Ich sage mal so, theoretisch kann man jetzt hier noch beigehen und gucken, hat er das jetzt so Wort für Wort. Aber die Mühe mache ich mir jetzt einfach nicht, sondern ich markiere jetzt einfach den ganzen Text, kopiere ihn. Nun wechsle ich Firefox und Firefox habe ich offen in Google Translator. Und in den Google Translator setze ich hier meinen Text herein und da könnt ihr dann sehen, was er aus dem Englischen gemacht hat. Nun ja, es klingt nicht alles wunderbar, was er da macht, aber es ist zumindest so gut übersetzt, dass man relativ gut daraus erkennen kann, was man als Aufgabe dann hier zu machen hat. nämlich Crusader sucht nach Auftragnehmern, um eine feindliche Gruppe zu eliminieren. Also töten, töten, töten. Die Schiffe in der Nähe der Asteroiden angegriffen, hat um Jela. Ja, okay. Bisschen blöd ausgedrückt, aber man müsste sich anders zusammenstellen und dann kommt da schon Sinn rein. So, erste Geheimdienstberichte weisen darauf hin, dass die Gruppe aus Staubtüchern besteht. Wie gesagt, es übersetzt wortwörtlich, hat in diesem Sinne keine Erfahrung, die mit dem Spiel zu tun hat. So, ähm, ja, des Weiteren geben halt gibt es noch die Information, dass es gut sein wird, wenn wir sie erledigt haben. Ja, wir sollen uns vorbereiten, vorsichtig sein. Ja, so, und mit diesen Informationen eben können wir dann diese Missionen besser bewältigen. wie gesagt, das dafür genutzte ist zum einen die Ingame Screenshot Funktion mit der Drucktaste abspeichern, umbenennen, nachdem wir es mit einem Video bearbeitet haben und danach kurz in die Free OCR Software rein. Die Links zu den beiden Programmen und zum Google Übersetzer schreibe ich dann nachher dabei. Die Programme sind so zur freien Verfügung nutzbar und kosten in diesem Sinne nichts. Und was dazu noch sehr gut ist, sie sind einfach zu bedienen, einfach zu installieren. Da schalten wir weg. Ich hoffe, dass da seid ihr. Sowas aber auch. Ja, also wie gesagt, ich hoffe, dass euch das Ganze mit den Texten, mit dem Übersetzen der Texte, weil das kann man im ganzen Spiel überall anwenden, egal ob Konstantin Hörsten, der einen zu Missionen einlegt oder anderen Missionen, die nicht so häufig vertreten sind oder die uns von Mission-Gebern gegeben werden. Weil, wenn man es ein bisschen drauf hat, das ein paar Mal geübt hat, dann, sag ich mal, kann man innerhalb von anderthalb Minuten recht schnell so eine Übersetzung gemacht haben und sie durchgelesen haben. Und ich meine, wir haben sowas um die zwei bis drei Minuten Zeit, um zum Beispiel bei Konstantin Hörsten dann zu sagen, okay, die Aufgabe, die du für uns hast, die wollen wir machen, die wollen wir nicht. Ich denke, da könnte das dann doch schon eine große Hilfe sein, wenn man das Englische nicht hundertprozentig beherrscht. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns wiedersehen demnächst, denn dann wird es hier losgehen mit den eigentlichen Missionen und hier und da ein paar Tipps zu Ihnen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sag mal, bis dennne dann. Tschüss. Tschüss.